Machst du morgen ins Gym, ja? Ja, ja. Oh, scheiße. Ja, ja. Das kann man nicht wegmachen. Mach ich, mach ich, mach ich. Ach, wann du? Ja, ich mach morgen ins Gym. Ja, mach ich morgen. Morgen mach ich das Gym. Ich war jetzt grad nur beim Überlegen... Oh, es geht so lang, Jules. Äh, es ist nur die Überlegung, ob ich morgen, ähm, Schöpfe Klosses mach, oder mach ich morgen Feinheit. Ich möchte aber, solang es mit Feinheit fertig werden. Soll ich das vielleicht machen, weil ich Nachmittag mache. Jules, ich muss gehen. Ich hab Arbeit. Jetzt komm wieder. Mach frei. Ich muss aber gehen. Es wäre, 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 wäre leicht, aber ich muss, 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 muss leider gehen. Anders geht's leider gar nicht mehr. Anders geht's mal wieder, haue von meinem Küchenschiff. Sorry, dass ich lange weine. Ne, kein Problem. Lass dich schlafen gehen. Danke. Danke, Mer, dass du immer für mich da bist. Ich muss echt mal Danke dafür sagen. Die Mer ist die Einzige, die sagt, jetzt komm, lass dich schlafen, du musst da wieder aufstehen. Komm. Ja, Entschuldigung, ich hab doch fünf Stunden, wo ich schlafen gehe. Die Mer ist echt mal eine Nette, die sagt, jetzt lass dich doch schlafen. Ja, echt, muss ich echt sagen. Danke, Danke, Danke. Kochen, wenn man müde ist, ist nicht so toll. Danke. Und dann hast du so vor einen Topf, so, äh. Und dann musst du aber nicht nur einen Topf rühren, du musst vielleicht drei, vier Topf rühren. Okay, morgen haben wir nicht so, so viel zu tun, muss ich sagen. Also, ähm, Schäuler Schutz, genau deswegen hab ich dieses, dieses Ding reingemacht. Ich, 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 ich schneide nicht so, unabsichtig auch, muss ich sagen. Ich hab heute so was, äh, gerade einfoliert und so. Und dann hab ich grad so auf den Daumen geschaut, aber alles hier Blut. Ich hab jetzt was jetzt gemacht. Ich hab hier irgendwie, drei, vier Schnitte auf einmal in Daumen da gehabt, aber ich weiß nicht von was. Nee, du bist nicht der Arsch, Schulze. Ich find's ja auch süß. Nur, äh, du musst halt sagen, ja, okay, ich freu mich auf morgen, äh, und gute Nacht, und danke, dass du für mich jetzt eine Stunde gemacht hast. Da, so, 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 so ist das schön, lieb, weißt du, so. Ja, ähm, danke, dass du für mich jetzt eine Stunde gestreamt, also danke, dass du jetzt eine Stunde noch schnell gestreamt hast, und ich mach jetzt noch fünf Minuten, weil dann hab ich die Stunde voll. Ähm, danke, dass du gestreamt hast, und äh, ich freu mich auf morgen wieder auf Feinheit, und bis morgen. Das ist, das ist so gut. Du bist nicht der Arsch, ich find's ja auch süß, Schulze, aber es verreißt mich immer das Herz, wenn du das schreibst, und ich denk mir immer, und da hab ich immer so eine Bande überlegen, so, pfff, soll ich doch eine Stunde streamen, soll ich nicht, aber, aber wenn ich jetzt streame, dann brauch ich vier Stunden zum Schlaf, und ich brauch fünf Stunden zum Schlaf, okay, viereinhalb, dass ich gut ausgeschlafen bin, weil ich muss jetzt so, ich muss jetzt so denken, ich geh jetzt nicht gleich schlafen, ich kann nicht gleich, pff, machen, ich muss gleich so, oh, ja, ich freu mich sehr auf morgen, ja, morgen, wenn's, wenn mein Lappi, ja, Lappi, ja, geht's ja, feiner Lappi, dann machen wir ein bisschen länger natürlich, also nicht nur eine Stunde, dann machen wir fahren halt, weil ich jetzt so langsam echt fertig kriegen will, Spiel, dass wir mit Heavy Rain oder so anfangen können eigentlich, wo ich mich echt, da ist Heavy Rain und Beyond und so, das krieg ich auch so. Ich danke, dass du sonst ein Stream gemacht hast. Immer wieder gerne hat Schulz. Ja, ich hab echt beim Überlegen gewesen, weil ich dachte, du hast die Mehrheit, er hört um eins auf, und dachte bis zwei geht locker, aber manchmal zwei war ich überlegen, ich frag mal, wer wach ist. Jensi Baby. So ist es fein, Schulz. Jensi Baby. Jensi Baby. Jensi Baby. Ich hab übrigens gestern, wie lange haben wir gestern gemacht Schulz? Bis fünf, sechs, ne? Ich hab dann geschlafen bis halb elf. Ich hab da richtig Schiss, dass ich verschlafen hätte oder so. Ja, stimmt doch, oder? Ähm. Jetzt haben wir auch mal ein paar Hustensaft. Jetzt ist mich verkühlt. Jetzt glaub ich, ich bin verkühlt eben. Das geht's ja nicht eben. Ich find das aber cool Schulz, wie du das gemacht hast, dass da Mobot reagiert, äh, und, ähm, dass, äh, dass, äh, dass, äh, Anquot reagiert. Ja, ich hab gestern hier einen zugeschaut, die wollte einen 24 Stunden Stream machen. Und ich glaub, sie hat dann, äh, bei elf Stunden manchmal ein schlechtes Gewissen. Ach nee Schulz. Ich mach das ja gerne. Ich würde echt, also wenn ich frei hätte, dann würde ich bis fünf vor sechs in der Früh da sitzen und voll streamen. Echt ohne Witz. Da würde ich jetzt fünf, sechs Kolosse machen. Aber, muss nur abwarten Schulz. In einer Woche, in einer Woche bin ich schon in Urlaub. Okay, in einer Woche hab ich dann, ähm, Turnier. Pro Horror Turnier, da muss ich noch ein bisschen vorbereiten. Ich hoffe, mein Laptop spielt da mit. Weil wir es hoffen. Äh, Glauben wir nicht eh Schulz. Ähm, und sie wollte einen 24 Stunden Stream machen. Und, ähm, da hab ich aufgehört zu streamen, war sie auf einmal offline. Nein, also, sie hat, glaub ich, ähm, um 17 angefangen und wollte um 17 wieder auffahren. Und ich hab dann ihr geschrieben, du hast einen Fehler gemacht. Und sie sagte dann halt, ja warum? Ich hab dann, ja, ähm, du hast einen Fehler gemacht, weil, ähm, um diese Uhrzeit, äh, hätte ich nicht angefangen. Ich hab das jetzt mal neu angefangen. Was hat denn Merle jetzt? Ja, Schulz ist halt doch ein bisschen angenervt von den ganzen Idioten, was bei ihr waren. Äh, und, ähm, ja, nachher hab ich halt reingeschaut, weil ich hab dann geschlafen und wieder aufgehört. Ah, ich kann in der Erde mal rumschauen. Und so rum, weil es schlimmer als eine Frau. Ich lass euch mal zwei reden, ne? Also, ich misch mich bei euch zwei nie mehr ein, das weiß ich. Auf alle Fälle, äh, ja, da hat sie halt, ähm, aufgehört und da hat sie halt, ähm, aufgehört wegen Halsschmerzen. Und ich wollte zuerst anschreiben, das ist halt ganz normal, weil, ähm, wo ich die 24 Stunden gehabt habe, mir hat auch einer falsch, der Hals dann wehgetan, weil du sprichst 24 Stunden durchgehend, gleich scheiße erstens, und sag doch gar nichts. die sind mir doch egal. Die sind mir doch egal. Ich hab jetzt nichts gesagt, Schultz. Ich hab gesagt, cool, danke und so. Warte mal. Okay, wir müssen mal den Nies machen. Das gilt jetzt für mehrere, ne? Das hat auch gepasst zum Bosskampf, ne? Das war doch nur ein Schultz, Schultz. Ich hab ja schon mal überlegt, Merle hat's auch mal zu machen, aber hab ich nur Mats hier. weil, ähm, ich hab hier einen Primus noch. Also von Karl in den Primus. Aber da schaut er nicht mehr mit. Uh! Bist du schwanger? Und, ähm, ja. Dann hätten wir ja noch einen Platz nämlich frei, weil wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mods, 10 mit Mobot und so. Mit den Mods. Äh, was soll ich jetzt machen? Ich wollte jetzt nochmal auch einen nachschauen. Mit, was haben wir gemacht? Husten darf, hab ich auch gemacht. Ähm, haben wir Erfolg gemacht? Nee. Oh, ah, schon wieder. Also, Schultz ist halt ein automatisches Ding, weil ich hab hier zum Beispiel bei Erfolg, hab ich das jetzt nichts gemacht, dass hier ein Trigger ist oder so. Ich hab auch, aber Falkes Arm ist doch auch Mod, oder? Jaja, das ist schon Schultz, aber, ähm, jetzt, wir haben diesen Mods, äh, Blackfuss, also die Blank, Jens, äh, Falkes Arme, der Kalle. Genau, ich möchte eben den Primus entfernen, und dann hab ich, dann hab ich eben 10 Mods, also mit Mobot und Anker-Bot. Dann hätten wir quasi, jetzt haben wir 9, dann hätten wir einen Platz frei. Also, ähm, nur er verdient den halt. Äh, ich den Primus kann nicht rausmachen, aber er hat so einen komplizierten Namen. The-Bot Achso, okay. Weil er, er hat Primus mit 5 geschrieben und so. Voller komplizierte Name ist, weiß ich noch. Da war voll schwer einem einzugeben. Cuts 3. Okay, äh... P-R-I-M-U 5-3-R-X Cuts. So, bei Primus ist kein Mod mehr. Ne, es gibt keine Mod begrenzen. Aber, ähm, ich möchte ja nicht alles Mods haben. Wenn ich jetzt den und den noch zu Mod habe, dann sind alles Mods halt eben. Ich meine, es ist halt fein. Ich meine, Schulz ist eh immer da, muss ich sagen, oder? Also, es gibt keine Begrenzung. Es gibt keine Begrenzung. Versteht mich jetzt nicht falsch. Es gibt keine Begrenzung. Du kannst hunderte machen. Du kannst alle deine Zuschauer zu Mods machen. Ähm... Also, ich, äh, ich misse halt ab und zu aus und sage halt zu den Leuten, hey, du, du hast nicht lange mal zugeschaut. Wie sieht es aus, oder? Willst du noch sein? Willst du nicht mehr sein? Aber es fehlt ein paar. Kai zum Beispiel fehlt noch. Aber, ähm, genau, ja, du kannst auch mal ausmisten und sagen, okay, der, was eigentlich für dich normaler Zuschauer ist und kein Mod, kannst du rauswerfen, oder? Jetzt, hier oben fehlen noch ein, zwei Namen. Also, ein Name fehlt. Ähm, weißt du, sowas, ähm, jetzt ist es halt immer fein, wenn Mod, wenn du so viele Mods hast, hast du immer halt jemand da. Also, sag mal, tut's, muss arbeiten. Ich streame Nachmittag, weil das kann ja passieren jetzt mal, ähm, Jensi Baby ist aber da, ist auch Mod, kann mich verteidigen. Mal, ich weiß es gar nicht. Ich hab den Ankebot, und beim Ankebot kommt sofort hier, ähm, steht hier, dem Models of this room, ah, und dann steht das da. Glaub ich. Ähm, mach mal Hashtag Mods, ich glaub, dann kannst du's sehen, bei dir. Ich versuch mal. Hashtag Mods. Ich weiß es nicht, ich hab's mit ihm eingekrobertiert, lese ich das alles. Ähm, ja, aber wie gesagt, du kannst ja auch mal ausmisten, also. Also, es gibt eben keine Begrenzung, aber du kannst dazu dann hingehen und sagen, jetzt, ich sag jetzt nur mal, ich geh zum Jan hier und sag, du, hey, du schaust nicht so oft zu, oder so, Bianca, und sagen, ey, ähm, entweder so oder so, oder ich vergebe irgendjemand anders, weil der öfters duscht hat. Was ist das jetzt gemacht? Die sind bei dir. Also, das ist gemacht. Hey! Die sind bei dir. Wie hast du das gemacht, jetzt? Ach, Hufverzeichen Mod, oder? Ah, na, fuck, jetzt war das auch dabei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich hab aber meinen Platz frei gemacht. Nein, weil ich dachte mal, Mods, okay. Okay, wusste ich gar nicht. Cool, wusste ich gar nicht, dass ihr das auch sehen können dürft, eigentlich. Ich meine, okay, ihr seht ja, wenn ihr da Mods seid. Ich finde das ja, aber, ich finde das ja, ich finde das ja eine coole Idee mit den Mods. Also, wie gesagt, also, wenn es nochmal der Schultz ist, deswegen hab ich eigentlich auch so viele. Weil dazu mal, es hat so angefangen, okay, Bianca und Jan waren, äh, Mods. Okay, früher haben sie voll aufs Suche geschaut, dann war es auf einmal wieder ein bisschen weniger. Dann kam noch einmal der Primus, also der Kalle, der hat dann auf der Suche geschaut, hab ich auch zum Mod gemacht. Ähm, dann kamen alle nach und nach und es ist halt einfach praktisch, wenn du immer einen Mod hast. Wenn du ein Mod im Stream hast, ist immer fein, weil, du meinst, was gemerkt ist bei CSGO, ganz gut. Du spielst, du konzentrierst dich gerade nicht, was hier abgeht. Vielleicht beleidigt das schon dich die ganze Zeit. Und bei mir ist zum Beispiel auch noch das Brutale, bei mir kommt es auch sofort auf YouTube und so. Also, man sieht das ja, was er schreibt und so. Ist ja immer besser, wenn man gleich, äh, löscht oder so. Also, ich, ich zögere da meistens gar nicht, ähm. Ich meine, auch so, sie fangen halt so komisch an, weil ich sage, okay, warte mal, lass mal schauen, was er macht. Meistens mal in England, dann ist das immer so, was machen sie, was machen sie nicht. Ich sage immer so, wir verstehen Spaß. Also, wenn jemand sagt, ah, spielst du für einen Scheiß hier oder so, finden wir doch lustig, aber wenn er dann zu weit geht und immer noch beleidigt, dann, nee. Also, ist dann auch immer ganz wichtig hier. Aber es ist immer praktisch. Aber ich muss eben sagen, echter Schulz ist auch immer da. Also, ich habe immer einen Mod, hundertprozentig hier. Und, ja, ihr, mehr Mod als sonst nichts. Ja, Schulz zog, hat mich dabei auch nicht. Früher war es immer, hat mich gefragt, aber jetzt ist Schulz einfach... Ja, Schulz hat vorhin gefällt. Ja, krass, das war echt krass, Schulz. Also, die, was sie da reingeschrieben haben, haben, war... Ja, also, man muss, ich, das hat ihm das auch immer gesagt zu mir, bei der Merle, er zog er gar nicht. Wenn irgendjemand in den Scheiß kommt, der sagt, weg. Ich meine, er hat gesagt, er fragt dann vielleicht noch nach, wenn er was komisches schreibt, das ist dann ernst. Oder was meinst du damit, aber, äh, ja, was bei Merle passiert ist, wir haben CSGO gespielt, und immer, wenn Merle, CSGO um diese Uhrzeit spielt, kommen immer so Kinder, Kindergarten war das, äh, und dann schreibt, die haben halt geschrieben, alles Engländer waren halt, aber... Und, 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 es war nur ein Mod drin, und der Mod hat sich selber nicht ausgekennt, der wollte sie immer zur Rede stellen, und so, es war eine Diskussion, ich war irgendwie... Aber eben, das hat er sogar gar nicht mehr, also, er sagt immer, nee, lieber gleich raus, als zu warten, bis er, bis irgendwas passiert, oder so. Er hat, er hat irgendwann, irgendwann, ich weiß, ich weiß gar nicht, das kann ich nochmal irgendwo nachlesen, ich habe ja sein Profil auch auf meinem Handy, und auf dem Lappi. Da war irgendwann, wo einer mal geschrieben hat, und da habe ich ihn dann auch angesprochen, irgendwann jemand mal so, doch, ein Mod war da, ein Mod war da. B2, glaube ich, hieß er. Ja, Washi war aber selber mit dem Spiel beschäftigt, also, der Pico war eigentlich, muss man sagen, alleine. Und die, und die Mörder danach halt alles auszutreten, und ich sage, ein Agenantern. Pico meinte, die waren nicht schlimm, nicht? Ich fand schon, die haben noch, ein bisschen, über Nazis und so geredet, nicht? Also, ich fand doch schon schlimm, was sie da geschrieben haben, ab und zu. Ich meine, bei mir wäre das Problem, wenn sie Englisch schreiben würden, und Washi war genervt. Ja, aber die haben ihn immer Pädobär genannt. Ich meine, ähm, ähm, äh, 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 wenn sie irgendwas mal schre... Ja, das kann ich mal sagen, ähm, ich fand die mega scheiße. Ja, ich finde auch, wenn du was, wenn du irgendwas so schreibst, dann bin ich immer... Ich meine, wenn sie jetzt Englisch schreiben würden, irgendwas, dann glaube ich, muss ich das mal nachfragen, was es heißt. Äh, Äh, Apico ist dein Freund? Wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Wie lässt du das tun, der Sack? Echt, jetzt wusste ich gar nicht mehr, alle. Bei euch läuft das gut? Nee, aber seiner Dekse hat keine Zeit, zuzuschauen, zu sagen. Ihr merkt es ja vielleicht, ähm, hab bisher nicht so viel Zeit, zuzuschauen. Ähm, ja, äh, 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 was soll ich sagen? Ah, genau, in dem damals mal, ich erzähle ich euch noch, ähm, ich war ja mal in Dubai mal, mit der Fan, und dann waren wir so eine, so eine Reise, mit dem Bus und so, und wollten uns da Dubai ein bisschen außenrum anschauen. Am Ende zu mir dachte nach, erst verwahren und danach bannen, weil Vashi gebannt hat. Also zu mir hat mal das Steph, der Pointy Pro Germany, hat gesagt, verbannen bringt nichts, hat er gesagt. Du musst dich gleich bannen. Weil, wenn du sie, wenn du sie timeoutest, dann kommen sie meistens noch heftiger zurück, dann beinst du sie lieber. Obwohl der eine Tristan nicht schlimm geschrieben hat. Hm, es ist auch so, ähm, ab welcher Laune du hast, ne? Also, wenn du ab und zu gute Laune hast, sieht das ja wurscht eigentlich, was sie schreiben, ne? Also, äh, ich sag dann immer so, ja, okay, berückt euch, oder so, ähm, wir schauen mal, äh, aber, wir, wir, wir bereden uns ja ab und nicht, dann tut es mit privaten Nachrichten, dann fragt er zu, ich sag dann meistens immer, wenn ihr es nicht Schlimmes vorgefert habt, weil, wo ihr ein paar Späße macht, wo ich denke, okay, ihr macht ein paar Späße, das weiß ich auch nicht, wo dann das nicht funktioniert. Eben, also, na, vor allem, okay, also wir waren dann, ähm, weil, mich hat es, mich wundet immer, dass die Leute das abfiebern, aber, ähm, ja. Wir waren auf jeden Fall in dem Bus, und dann waren wir auf den Toiletten, und musste mein Vater auf die Toilette, und dann waren wir hier, und der Reiselater kommt, so, ja, you from Austria, und dann sagen wir, ja, ja, ich bin aus, und so, und dann sagt er, ja, er wohnt ein Mann, äh, ein Mann in ganz Österreich, und zuerst kam mir vielleicht, äh, Arnold Schwarzenegg, oder so, und dann, und dann kam mir auf einmal, Hitlerin, der sagte mir, bitte sag nicht den Namen, bitte sag ich, und dann auf einmal sagt er diesen Namen, weil er sagt so, ja, er ist nämlich aus Bagdad, und so, Pakistan, und so, und seine Leute in seiner Heimat beneiden ihn, weil er das durchgebracht hat, was er wollte, was er als seine Rasse sieht, und so, wo er dann, auf einmal war die Reise voll unwohl, wenn du sowas weißt, das wird ja auch richtig eingetragen, mhm, eigentlich schon, warte mal, I love you, I love you, es geht jetzt, du meine kleine Sooms, und Denise geht lieber schlafen, ja, ich habe das auch schon gesehen, ich bin schon wieder 12 Minuten drüber, ich habe gedacht, ich mache nur 5 Minuten, jetzt bin ich schon bei 17 Minuten schon wieder, krass, wie das vergeht, ja, also auf alle Fälle war dann die Reise auf einmal so, Chatterliebe, auf einmal war dann halt die Reise dann so extrem so, oh mein Gott, okay, und du hast ihn mal gesehen, und der hat dich immer angerechnet, du magst den Typen da, dann war er auf einmal so ganz unwohl für uns, und, ja, also es ist echt krass, wie viele Leute den eigentlich noch mögen, also, man hat es ja, dieses Jahr bei uns in den Wahlen gesehen, mit den grünen, mit den blauen, obwohl ich gar nichts abgeneigt von den blauen war, ich dachte mir mal so, ja, vielleicht einen neuen, einen jungen Mann, der hat es vielleicht beim besten was rüberbringt, sag mal, schon wieder so einen alten Stinker, die was eh nichts mehr hinterbringen jedes Mal, ich sage immer, es sind doch die alle die gleichen, die reden was, und schon Schluss machen sie, das ist nicht das auch, ja, bevor wir jetzt über Politik anfangen zu streiten, da haben die ja wohl nicht schon eine Diskussion gehabt, und so weiter, ja, ich sage danke für das Zuschauen, morgen geht es weiter, so 14 Uhr, 1, 14 Uhr mit Feinheit, machen wir, schauen wir mal wie lange wir machen, weil ich muss dann reinfahren, nach Hause fahren, richtig nach Hause, noch zum Teil nach Hause fahren, ähm, und, ähm, ja, das war es eigentlich, Montag, wow, die sind nicht gut, diese, bin dann da, du bist dann da, okay, cool, cool, freut mich, ähm, gut, warte Merle, mach mal, mach mal, die Merle darf auch mal sowas machen, Merle, Merle, mach mal, Perle, mach mal, mach mal Witz, das kannst du auch machen, Witz, Rufezeichen Witz, oder Hustensaft, Rufezeichen Witz, Merle, oder Rufezeichen Hustensaft, das kannst du auch machen, das kann everybody machen, ähm, und ja, bin auch da, yay, Montag bin ich mir nicht sicher, ob ich streame, Dienstag gleich streamen, mit mir quasi, genau, das ist nicht, das ist das doch mal für ein Männchen, ich kenne das Männchen irgendwoher, das ist so ein lustiges YouTube-Männchen, das habe ich mir mal früh angeschaut, ähm, ja, Montag bin ich mir nicht sicher, ob ich das streamen habe, wenn man ein bisschen Stress hat mit der Arbeit, äh, Dienstag werde ich, ist bestimmt noch Cooldown, war es Cooldown, gut ist auch moderat dort, Schulz, hab ich das nicht gehört gerade? Doch, mach das, laute mein Ohr, das Lachen, ähm, äh, ja, ähm, so, warte kurz, äh, jetzt muss ich kurz wieder überlegen, ja, also Montag nicht, Dienstag eher, Mittwoch lasse ich aus, weil Schulz immer streamt, äh, Donnerstag wieder, ganz normal, wieder am Abend, werden wir schnell auf der Klasse weitermachen, Dienstag, Dienstag Freitag, Samstag habe ich dann Urlaub, und Samstag machen wir nicht, ähm, wie abgemacht eigentlich, äh, weil die zweite, dass Schulz eh nicht da ist, und es eigentlich für ihn machen würde, und manche auf Gloss ist ganz normal, Samstag, weiß ich nicht, wie lange das Turnier geht, wie lange ich dabei bin, ich werde hier als erstes ausstellen, weil ProHawler spiel ich noch nicht so oft, und dann, muss ich schauen, wann ich hinter sein, jetzt muss ich sammeln, was muss ich sammeln? Was? Quatsch. Ähm, und wann, wenn ich Urlaubswoche habe, was ich dann genau mache, weiß ich noch nicht, weil ich fahr mit dem Sand immer kurz weg, ich weiß auch nicht, ob wir Wochen wegfahren, oder unter der Woche, weil bei uns ist ja, als Koch, müssen schauen, wenn er frei hat, ja, ich muss schauen, tschüss, ich hab da sowieso einen blöden Dienst, vielleicht am Abend schau ich mal, einfach mal hier mal Sidekick, da kann ich eh wieder nicht zuschauen, leider, 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 ja, ich mach jetzt Schluss, Leute, sonst, sonst red ich mich wieder um Brei, und, 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 lalala, erkennt mich ja, erkennt mich, erkennt mich, oder? Ja, vielleicht mach ich mich doch, tschüss, ich mach das alles so, ich mach das Sonntag, ne, Sonntag entscheide ich das, was ich mache, alles, ja, genau, genau wie Bananen, cool, aber ihr kriegt nur, dass ihr das weiß, wisst, heißt, wenn jetzt, sagen wir, Julz und Merle gleichzeitig zuschauen, aber der Julz ist aktiver, als die Merle im Stream, ähm, kriegt der Julz mehr, also, desto aktiver du im Stream bist, also im Chat, desto mehr Bananen kriegst, du, deswegen kriegt der Julz jetzt genauso viel, weil Falke streamt, also ich selber eher nicht so viel im Chat schreibe, ist ja klar, oder? Ich schau ja noch immer zu, also, ähm, deswegen, also nicht wundern, wenn jetzt, keine Ahnung, sagt er, ich hab gleich genauso gleich viel zugeschaut, wie der Julz, und dann aber, naja, er hat mehr, weil dann hat es ganz normal, weil er aktiver ist, einfach. Ja, Schluss aus Armenpasta, ich mach jetzt Schluss, weil dann ist Regen wieder im Hals vom Preis, ich schon halb, ich wollte eigentlich schon früher Schluss machen, ja, ich danke fürs Zuschauen, nein, ähm, auch mit Vollspam, wie meinst du das mit Vollspam? Äh, eigentlich schon, ja, also, desto aktiver du bist, ich glaube, pro zehntes Wort, kriegst du nochmal 10 Punkte dazu, oder so, was irgendwas, oder 2, 3, kriegst du mehr dazu, ich weiß gar nicht mehr genau, ich hab das eingestellt, ja, Schluss aus, ich rede jetzt nicht mehr über die Punkte, und so ich mich echt um, 3 und Kragen, ihr kennt mich ja, sag ich schon, drittmal schon, ja, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen, ähm, morgen geht es weiter mit, fahren halt um 1 bis 2, 1, 2 Uhr, circa, schauen wir, wie lang man kann, entscheidet dieses Kärtchen hier, äh, ja, ich sag Dankeschön, ähm, ich, ich, bin gerade schon beim Schneiden von Teneriffa Video, geht eigentlich relativ gut, das Schneiderprogramm ist echt einsteigerfreundlich, ich danke nochmal den Dorn für diesen wunderbaren Tipp, waren zwar ein bisschen teuer, ja, dass man immer das gleiche schreibt, äh, ja, wenn du das gleiche schreibst, ähm, weiß ich, ja, doch, ja, also der Fakingswort geht nicht auf das, was du schreibst, sondern geht das, wie oft du schreibst, was du schreibst, also nicht, was du schreibst, sondern wie oft du schreibst, interessiert nicht, ob du immer, ja, 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 schreibst, und dann sagt dann, okay, er hat fünfmal geschrieben, passt wieder Bananen dazu, äh, ja, dann geht es weiter, äh, Stundenlang mache ich Sonntag wieder, lange Bananen sein, ich sage, danke schön fürs Zuschauen, und bis morgen, tschüss. Mein kommt E3 Video, ich, äh, ich, E3000, ich schneide das morgen zusammen, alles, und ich schaue, dass ich es morgen hinkriege, ich möchte es morgen geschnitten, war das neuer, ja, morgen habe ich nämlich guten Dienst, weil ich kann, ich kann, äh, schneiden auch zu Hause, also ich brauche ja kein Internet, ich möchte es morgen hinkriegen, also morgen versuche ich es, dann Montag raufzuladen, wenn ich auf der Adelbar bin, dann kriege ich es Montag normalerweise, und dann der Liefer versuche ich auch schon, nebenbei, ja, weil ich muss morgen, danach, morgen nach Insiderophon, die muss ich nach Ubisoft und Sonic kurz aufnehmen, und, ja, danach kann ich loslegen, ja, egal, du bringst dich doch zum Reden, okay, nachdem ist ja, äh, gute Nacht, alles ist gut, und danke von der anderen Seite, ich sage Dankeschön fürs Einschalten, bis morgen, der da was dabei ist, und danke, tschüss.